Hallo! Oh, guck! Da ist es! Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachkosten! Was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Nein, es ist schon hier! Ein Drache! Wie ist das möglich? Geht ihr nicht bloß rum? Was? Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren! Hier entlang! Schlag dich zur Festung durch? Ja, hier entlang! Das sagt man wohl an! Hallo? Ah! Da dann! Ja dann! Ja, lass dich doch mal durch! Vollidiot! Ja und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder! Wir müssen los! Jetzt! Wir müssen los! Jetzt! Wir müssen los! Ja, ich geh ja schon! Ja, was? Ja, was? Ich bin oben! Und jetzt? Was? Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Ja! Spägt euch das Dach und läuft immer weiter! Hehehehe! Los! Wir folgen uns so weit wie können! Ich hab's aber geschafft! Krass! Lauf so schnell ihr könnt! Ähm! Lauf einfach auf mich zu! Los! Ja, ich lauf ja schon! Ihr müsst hierherkommen! Los! Tapsfall, Junge! Das macht dir sehr gut! Du solltest es recht, Sohn! Aua! Brenne! Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt! Gunnar! Kümmert euch um den Jungen! Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen! Die Götter mögen euch leiden, Advar! Wer ist der Drache? Bleibt nah bei der Wand! Wie beim Reich des Vergessens führten wir diese... What?! Verpiss dich! Schnell, folgt mir! Oh, da war er tot! Ah, der Drache kann reden! Cool! Ich nehme mal an, ich soll raus! Sonst kann ich gerne machen! Mach mal die Tür auf! Mach mal die Tür auf! Mach mal die Tür auf! Was machst du denn? Jung! Lauf! Warum da lang? Hallo jeden! Verpiss dich! Auf den Weg! Hallo! Hallo! Komm schon rum! Ich habe den Osbornat! Hast du auch Bock, mir mal zu erzählen, wo ich hin soll? Geht's einfach hier rein! So! Dieses Spiel, ne? Und Scheiße! Das ist bisher das Verpack... Das ist der Ende, was ich jemals gesehen habe! Was sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden? War das wirklich ein Bringer des Endes aller Tage? Ja, war es! Wir machen uns besser auf den Weg! Kommt her! Lasst mich sehen, ob ich diese Fässer nicht lösen kann! Ah! Ja, dann mach! Löse! Na bitte! Sucht euch etwas aus! Hier gibt es ja reichlich Zeug! Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennung finde! So, als allererstes brauchen wir Gold! Viel Gold fürs Spiel! Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung! Ja, ich besorgt euch gleich eine Ausrüstung! Aber vorher alles durchsuchen! Looten und leavenen! Ein, zwei Schwerte in diesen... Geben Seht euch um! Jaaa! Nein, die Truhe ist leer! Bist du bekloppt? Hier gibt es kein Schwert! Seht mal, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet! Ach da! Da ist auch noch ein Schwert! Da ist ein... Es muss ein, zwei Schwerte in diesen... Geben Seht euch um! Weinen ist ziemlich viel wert, das ist schön! Können wir dann später gut verkaufen! Es muss ein, zwei Schwerte in diesen Thron gehen! Seht euch um! Noch ein Schwert und... Noch ein bisschen was! Wir haben ein Quest-Tagebuch gefunden! Wuh! Ja, ja, ja! Ja! Und schwingt das Schwert ein wenig! Ja, gleich! Ähm... Wir nehmen die Kaiserliche leichte Stiefel, leichter Helm... Ja, und dann haben wir schon alles! Ihr legt besser diese Rüstung! Wir sollten in Bewegung bleiben! Schwingt das Schwert ein wenig! Das Ding ist immer noch da draußen! Ich sag ja, das Spiel ist verpackt! Ähm... Wir spielen übrigens erst mal mit der normalen Edition, beziehungsweise schon mit... Ja... Äh... Erst mal mit der normalen Edition, beziehungsweise schon mit dem ersten DLC Hardfeuer... Hardfeuer? Ne... Herdfeuer? Herdfeuer zu deutsch auf jeden Fall! Also nicht... Nicht wie Herzfeuer, sondern... Der Drache zerstört die gesamte Festung! Habt ihr das gehört? Sturm-Mäntel! Vielleicht lassen sie mit Sicherheit... Freiheit oder Sofengarde! Bitte was? Kaiserliche... Geh weg! Ausdauer niedrig! Deine Ausdauer ist niedrig, daher kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe! Okay! Trinke einen Trank oder warte bis dein Ausdauer... Ja... Ich würde sagen, ich gehe einfach weg! Das wäre das! Ein Schild! Wie viel kann ich noch nehmen? Oh! Oh! Ja, ich würde sagen, das haben wir dann direkt für's Thumbnail! Oh! Oh gut, da ist ja noch einer! Dann mal los! Mitnehmen, was wir mitnehmen können, auf jeden Fall! Guck mal, hier ist... Da kommen wir raus! Nach Himmelsrand! Wie viel... Wie viel... Gehen wir für so einen Krug? Wert 1! Oh! 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 Hm! Ich kann hier auch bewegen! Guck mal her! Oh! Hm! Hm! Nein! Dann mal los! Kommt! Hier entlang! Hm! So! Passt, würde ich sagen! Dann mal los! Ja! Ich geh ja schon! Oh! Ein bisschen essen! Cool! Hey! Cool! Halte dieses Spiel! Die Säcke immer durchsuchen! Die sind aber leer! Dann haben wir hier noch einen Kessel! Wert 4! Zu schwer und zu wenig Wert dafür, dass wir den mitnehmen! Wir finden jetzt sowieso auf dem Weg so scheiße viel an Zeugs! Vorsicht! Nehmen wir an, da kommen wir nicht mehr durch! Verdammt! Dieser Dach ist aber hartnäckig! Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helge! Kaiserliche Hunde! Woher seid ihr gekommen? Kaiserliche Hunde! Hallo! Ich bin doch auf eurer Seite! Jetzt? Das wäre doch! Sieht voll albern aus! Ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt, die könnten wir gut gebrauchen! Ich nehm ja schon mit! Äh, und da noch! Natürlich! Heiltrank! Ach, der Schrank ist leer! Sorry! Der Schrank! Auch leer! Alles leer! Brot ist gut! Brot kann man übernehmen! Ah, und hier haben wir noch Wein! Und sonst haben wir noch Kaninchen und Fassaden! Kaninchen? Kaninchen! Noch Wein! Wo kommen die ganzen Zaubertränke her? Was haben wir hier noch? Einen Sack! Karotten! Gut für die Augen! Mielsäcke! Verplündern die gesamte Festung! Da brauchst sowieso keiner mehr, ist nicht alle tot! Salz! Mhm! Aus Salz können wir auch Zaubertränke herstellen! Kaninchen! 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 So! Okay! Und fertig! Hier entlang! Ja doch! So! Einmal den Schutthoffenumgang und jetzt geht's dann weiter! Was? Ich wünschte, die würden wir nicht brauchen! Hört ihr das? Anton! Ja! Ja! Was bist du denn für einer? Ihr seid geraten! Und drittseitig gekommen! Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe! Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an! Ein Drache? Bitte! Kommt nicht mit so einem Unsinn! Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört! Kommt mit uns! Wir müssen einen Weg hier rausfinden! Ihr habt mir nichts zu sagen! Ein Bürschchen! Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen! Vergesst den alten Mann! Ich begleite euch! Wartet einen Moment! Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig!